Vichitra Nalina ist laut Garot in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas eine Yoga-Übung, eine Yoga-Stellung, die erwähnt wird im Hatha-Ratna-Valli, aber nicht beschrieben wird. So wissen wir nicht wirklich, was Vichitra Nalina sein soll. Nalina heißt wörtlich Lotus und Vichitra heißt bunt. So können wir sagen, Vichitra Nalina ist der bunte Lotus. Wir wissen, was der Lotus ist. Padmasana, du kannst die Beine in den Lotus bringen. Und es gibt auch die Lotus Mudra, Nalina Mudra, wo du die Handgelenke zusammengibst, die Handflächen etwas öffnest und graziös mit den Fingern so die Geste eines Lotuses machst. Und so können wir uns vorstellen, dass das Vichitra Nalina, Vichitra Nalinasana sein könnte, ohne es zu wissen.